Veliku Tarnovo oder Veliku Tarnovo, Fauliku Tarnovo, auch. Tarnovo ist eine Stadt in Bulgarien mit etwa 73.000 Einwohnern. Sie ist Verwaltungssitz der gleichnamigen Oblast sowie der Gemeinde Veliku Tarnovo. Das Oberzentrum liegt im nördlichen Teil des Balkangebirges an der Jantra. Veliku Tarnovo war Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches. Die Stadt ist ein wichtiger Verkehrsknoten an der bulgarischen Nord-Süd-Route. Sie verfügt über den Flughafen Gonao Joachowisa, sie trägt Züge einer Industriestadt, ist aber auch ein kulturelles Zentrum mit Hochschulen, Theater, Gemäldegalerie und Museen. Geografie Tarnovo liegt an den steilen Nordhängen des Balkangebirges, wo sich der Fluss Jantra eine tiefe in Meandern verlaufende Schlucht durch das Gestein herausgearbeitet hat. Durch die Flusserosion sind mehrere größere Hügel entstanden wie der Zarevets, der Trapezisa oder der Svitegora. Auf dem Zarevets entstand auch die erste kleine Festungsanlage, um die herum sich in Jahrhunderten der heutige Ort entwickelte. Nachbarorte von Veliku Tarnovo sind Gonao Joachowisa, Levski, Svitao, Biala, Rasgrad, Popovo, Tagovistik, Kotel, Slyvent, Novasagora, Starasagora, Kazanlak, Gabrovo, Trojan. Geschichte Der Name der Stadt wechselte in den unterschiedlichen Epochen von Tarnovo, Tarnograd über Tarnovo zu Veliku Tarnovo. Was auf bulgarisch großes oder ruhmreiches Tarnovo bedeutet. Die Bezeichnung geht auf die Geschichte der Stadt im Mittelalter zurück, als Tarnovo Hauptstadt des bulgarischen Reiches war. Frühe Siedlungsspuren auf dem Gebiet der heutigen Stadt stammen aus der Bronzezeit vor etwa 1400 Jahren. Sie wurden auf dem Zarevetshügel gefunden. Auch auf dem Hügel Trapeziser hat man bronzezeitliche Spuren gefunden. Aus trakischer Zeit gibt es in der Umgebung archäologische Fundstellen. Während der Römerzeit wurde der Ort befestigt. Den Römern folgten die Byzantiner, später besiedelten Slaven das Gebiet. Mittelalter 1185 trat Tarnovo in die Geschichte ein. Als die beiden Bolgeren-Söhne und späteren Zaren Assen und Peter in der Swisch-Georgi-Kirche das bulgarische Volk zum Kampf gegen Byzantz aufriefen. Der Aufstand dauerte zwei Jahre und endete mit der Unabhängigkeit Nordost-Bulgariens und dessen Anerkennung durch Byzantz. Veliku Tarnovo wurde nach Pliska, Veliki, Preslav und Orit von 1187 bis 1393 zur vierten Hauptstadt des Bulgarischen Reiches und erlebte im 13. und 14. Jahrhundert eine Blütezeit. Schon vor der Gründung des Zweiten Bulgarenreichs existierte auf dem Hügel Zarevets eine Burg der Feudalherrscher Peter und Ivan Assen. Aus dieser Anlage entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten das Zarenschloss. Im 13. und 14. Jahrhundert erweiterte sich die Innenstadt auf drei befestigte Hügel, Zarevets, Trapeziser und Suite-Egora und auf der Mominar-Krepost entstanden neue Außenbezirke. Auch zwischen den Hügelplateaus im Jantratal entstanden neue Stadtviertel wie das Assnenviertel, das Judenviertel oder das Frankenviertel. Die Stadt entwickelte sich zum politischen, religiösen und kulturellen Mittelpunkt des bulgarischen Feudalstaates. Der wichtigste Ort in Tarnograd war der Hügel Zarevets. In der Festungsanlage konzentrierte sich die Staatsverwaltung. Die Festungsanlage besaß ein kompliziertes Fortifikationssystem und in ihrem Inneren gab es Handwerker und Wohnviertel, Kirchen und Klöster. Auf dem höchsten Teil des Plateaus wurden die repräsentativen Paläste des Zaren und des Patriarchen errichtet. Auf dem benachbarten Hügel Trapeziser waren die prachtvollen Besitztümer der Bolgeren. Auf dem Hügelplateaus Suite Egora wurden weitere Klöster und Kirchen gebaut, die zum geistigen und kulturellen Zentrum des bulgarischen Staates aufstiegen. Im größten von ihnen, dem Gottesmutterkloster, entwickelten die Gelehrtenschule und die Malschule von Tanovo eine rege Tätigkeit. Heute steht auf dem ehemaligen Platz des Klosters die Universität Kyrill und Mettet. Nach und nach gelang es den bulgarischen Zaren, die feudale Zersplitterung des Landes zu überwinden. Ivan Assen II. eroberte Makedonien, Trakien wie auch andere Gebiete für das bulgarische Reich zurück, sodass es um die Mitte des 13. Jahrhunderts erneut der größte Stadt auf der Balkanhalbinsel war. Die politische und militärische Stärke Bulgariens wurde durch den Bau von zahlreichen Kirchen, Klöstern und Palästen kulturell weiter verfestigt. Tanovo galt im Mittelalter als einer der wichtigsten Pilgerorte auf der Balkanhalbinsel. Zahlreiche Reliquien von Heiligen, darunter die des Seve von Serbien, des Demetrius von Thessaloniki und Ivan Rilski wurden hierbei gesetzt. Auf die auch goldenes Zeitalter genannte Ära von Ivan Assen II. folgte eine Zeit innerer Spannungen und Unruhen. Als 1277 ein großer Bauernaufstand ausbrach, öffneten die Einwohner Veliku Tanovos im Frühjahr 1278 dem Bauernführer Ivalo die Tore der Hauptstadt und krönten ihn zum Zaren. Während der Tartarenstürme in der nachfolgenden Zeit rettete sich die Bevölkerung der Umgebung mehrmals hinter die dicken Festungsmauern Tanovos. Unter dem Zaren Ivan Alexander erreichte das Bulgarische Reich und die Kunstschule von Tanovo letzte glanzvolle Tage. Hier wirkten die großen Bulgaren des Mittelalters, der Patriarch Eftemai, Theodosius von Tanovo, die Mönche Kiprien, Grigorie Kamblak und Konstantin Kostnitzki. Dort stellten sie das Fundament der literarischen Entwicklung dar, sodass von einem zweiten südslawischen Einfluss auf die Ukraine und Russland gesprochen werden kann. Fortdauernde innere politische Kontroversen und Auseinandersetzungen mit Serbien führten schließlich zu einer solchen Schwächung des Reiches, dass die Truppen des Osmanischen Reiches im Juli 1393 trotz Widerstandes nach dreimonatiger Belagerung Veliku Tanovo einnehmen und zerstören konnten. Ein Teil der Bevölkerung, darunter die Würdenträger, wurde massakriert, ein weiterer Zwangs ausgesiedelt. Tanovo, wie die Eroberer die Stadt nun nannten, wurde als Kleinstadtzentrum einer Casa mit mehrheitlicher muslimischer Bevölkerung. Die Casa wurde im Sens-Shaknikopol administrativ eingegliedert. Die erhalten gebliebenen Kirchen wurden von den neuen Herrschern in Moscheen und Pferdeställe umfunktioniert. So wurde aus der Kirche der Heiligen 40 Märtyrer die Kavak-Babateke. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Stadt erholen konnte. Osmanische Steuerregister aus dem 15. und 16. Jahrhundert geben die Einwohnerzahl um 4.600 an, ein Drittel davon waren Moslems. Erst in der spätosmanischen Zeit begann die Stadt erneut eine wichtige Rolle zu spielen. Die Stadt blieb jedoch immer ein Unruheherd, ständig gingen von hier Aufstandsversuche aus der 1. 1598. Der zweite Tanovo-Aufstand fand unter der Leitung des Prinzen von Tanovo, Rostislav Stratimirovich statt, war jedoch wie die folgenden Aufstand Haji Stavrev im Jahr 1862 erfolglos. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in der Stadt elf Kirchen und drei Klöster. Während der bulgarischen Wiedergeburt und im Zuge des Kampfes um eine Auto-Kefale bulgarische Kirche brach 1838 in Tanovo ein Aufstand gegen den griechischen Bischof Filerit aus. Die Architektur der Altstadt ist noch heute durch Gebäude aus dieser Zeit geprägt. 1864 wurde Tirnova nach der Gründung der Provinz Villa Jetuna zum Zentrum eines Sanchecks. Laut dem offiziellen Jahrbuch der osmanischen Regierung von 1872 gab es in der Stadt 22 Moscheen. Während des April-Aufstands von 1876 wurde Veliku Tanovo Zentrum des ersten revolutionären Region von Tanovo. Diese revolutionäre Region umfasste die Gebieten um Veliku Tanovo, Gonao Joachowisa, Seflivo, Gabrovo und Trojan. Hauptverantwortlicher war der Apostel und spätere Ministerpräsident Stephan Stambolo gemeinsam mit Christo Karaminko Boneto und Georgi Ismir-Liv der Mektan. Als Stellvertreter nach der blutigen Niederschlagung wurden in der Stadtmitte die revolutionäre Batschokiro, Zanko, Juste, Benau und viele andere Freiheitskämpfer durch den Strang hingerichtet. Zu dieser Zeit existierte in Tirnova 1,008 Läden, neun Hane und drei Badehäuser. Veliku Tanovo wurde im Zuge des russisch-türkischen Krieges von 1877-78. Am 7. Juli 1878 durch die russische Armee befreit. Vom 10. Februar bis 16. April 1879 wurde in der Stadt die Verfassung von Tanovo, erste demokratische Verfassung für Bulgarien, ausgearbeitet. Am 17. April 1879 konstituierte sich die erste große gesetzgebende Versammlung des Landes in der Stadt, um ein Staatsoberhaupt zu wählen. Am 27. Juli 1879 wurde Alexander von Battenberg hier zum Fürsten von Bulgarien ausgerufen. Als Reaktion gegen die Entscheidungen des Berliner Kongresses wurde in Veliku Tanovo das erste Komitee Erdienstwo unter anderem von Stefan Stambulo ins Leben gerufen. Die Komitees hatten sich das Ziel gesetzt, diese Entscheidungen von Berlin zu revidieren und Bulgarien in seine nationale Grenzen vom Frieden von San Stefano wiederherzustellen. Eine ihrer ersten Handlungen war die Vorbereitung und Durchführung des Kresnar-Ras-Lok-Aufstandes. Hatte Tanovo Mitte des 17. Jahrhunderts noch ca. 5000 Einwohner, so wurden es Mitte des 19. Jahrhunderts ca. 12.000. Im Jahre 1900 waren von denen 11.628 Bulgaren, 748 Türken, 52 Armenier und 23 Roma und Sinti. 1976 hatte die Stadt 58.096 Einwohner. Wirtschaft und Infrastruktur In den 1860er Jahren entstanden in Tanovo erste Produktionsstätten für Seide, Spiritus, Papier oder Seife. Der darauf beruhende rege Warenhandel und der Weinbau spielten eine bedeutende Rolle. Im 20. Jahrhundert war Tanovo bereits zu einer einflussreichen Industriestadt herangewachsen, es wurden Lederwaren, Textilien und Nahrungsmittel produziert. Weinbau und Seidenraupenzucht gab es weiterhin. Wirtschaftlich wichtig war auch das Brauereiwesen, die Fleischerzeugung, Mühlenerzeugnisse einschließlich Teigwaren, Herstellung, Bildung, Kultur und Sport. Veliko Tanovo war wie gefieler bedeutender Schulen in der Literatur, Baukunst und Malerei. Besonders zu nennen ist die Kunstschule des 19. Jahrhunderts, die auf die Stilepoche der nationalen Wiedergeburt großen Einfluss ausübte. Heute gibt es in der Stadt die St. Kyrill und Mettet-Universität mit einem breiten fachlichen Angebot. Darüber hinaus verzeichnet das Adressbuch die Militär-Universität Wasilewski eine pädagogische Hochschule, 18 Gymnasien sowie zwei pädagogische Schulen und schließlich je eine Fachschule für Ökonomie, Medizin und Bauwesen. Folgende Kultureinrichtungen stehen den Bewohnern und Touristen zur Verfügung. Staatliches Schauspielhaus Konstantin Kissemo, Leinoper, Operettentheater, Freilichttheater im Park Tollbuchin, Sinfonieorchester, zahlreiche Tanz- und Gesangs-Ensembles, Gemäldegalerie, Bezirksmuseum und öffentliche Bibliothek, ein Sportstadion mit 15.000 Plätzen. Insgesamt sind 15 Museen in der Stadt beheimatet. Sehenswürdigkeiten und Bauwerker, wegen der besonderen Lage am fälsigen Steilufer und im Hinterland des Jantra-Flusses, wegen der historischen Traditionen und der Architektur-Denkmäler ist Veliku Tarnovo auch ein bevorzugtes Touristenziel. Während die heutige Bebauung der Altstadt mit ihren Einfamilien und Reihenhäusern vornehmlich aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt stammt, trifft man vor allem in den Außenbezirken modernere Gebäude. Auch der bekannteste bulgarische Architekt dieser Zeit, Kolju Ficito, arbeitete hier. Von den insgesamt 18 Gotteshäusern sind die folgenden hier ausgewählt. Kirche Dimita Solunci, auch Zarenkirche genannt, weil hier die bulgarischen Herrscher Aßen, Peter und Kaloyan gekrönt worden sind, Petrus und Paulus Kirche. Gut erhaltenes architektonisches Zeugnis aus dem Tarnograd des 13. 14. Jahrhundert Heiliger Konstantin und Elena Kirche. Nach Plänen des Baumeisters Kolju Ficito Swisch-Georgi Kirche, Swisch-Dimetakirche. Die Kirche wurde 1185 erbaut und nach dem heiligen Demetrius von Thessaloniki benannt. Zeitweilig, während der Herrschaft von Ivan Aßen II, wurden die Reliquien von Thessaloniki hier aufbewahrt. Die Kirche ist ein einschiffiger Kuppellbau mit einem W-Turm über dem gewölbten Nasex. Die Außenfassaden sowie der Tambur sind durch Blendbögen gegliedert. Das Mauerwerk ist in Mischtechnik mit Keramik in Krustationen verziert. Zusätzlich wurde die Kirche im 12. und 16. Jahrhundert mit Fresken ausgemalt. 1913 durch ein Erdbeben wurde die Kirche bis auf den Ostteil zerstört, jedoch 1981 wieder aufgebaut. Suite Eppetka Kirche Klosterkomplex der Heiligen 40 Märtyrer Die Klosteranlage wurde im 13. Jahrhundert südlich vom Zarewitz am rechten Ufer der Jantra erbaut. Bereits im 14. Jahrhundert nach dem Fall Bulgariens unter osmanisch-türkischer Herrschaft wurde sie zerstört und wenig später in eine Moschee mit der Vyschkloster umgewandelt. Der noch nicht völlig ausgegrabene und erforschte Komplex der großen Lore Fontanovo enthielt neben mehreren Klosterbauten das Katholikon. Eine dreischiffige Säulen-Basilika Die Basilika wurde 1230 erbaut und etwas später im Anschluss an den Nathex durch einen weiteren Bau, der als zusätzlicher Raum oder Mausoleum diente, ergänzt. Das Kircheninnere wird durch die Memorial-Säulen Kahn-Omortax und des Zaren Ivan Assen II. beherrscht. Von der ursprünglichen Ausmalung aus der Gründungszeit sind wenige Reste im Nathex erhalten. In den letzten Jahren wurden einige Fragmente der Bemalung des Webaus freigelegt, die dem malerischen Stil der Tarnovo-Kunstschule angehört. In der Basilika Heilige 40 Märtyrer wurden im Mittelalter die Zarin Anna Maria von Ungarn und Irene Angelos kommenden. Beide Ehefrauen von Ivan Assen II, der Heilige Senwe von Serbien, sowie viele weitere Angehörige der Zarenfamilien beigesetzt. 2007 wurden auch die bei Ausgrabungen gefundenen Gebeine der Zaren Kalloyan und Mikael III. Schimann hinzugefügt. Auch in der Umgebung der Stadt befinden sich zahlreiche mittelalterliche Klosteranlagen, die teilweise wieder aufgebaut wurden. Dazu gehören das Preobraini, Kilifarevo, Suite-Etojka-Kloster und die zahlreichen Klöster und Kirchen im Dorf Apanasi. Professor an Bautenbauwerke auf dem Zariwets-Hügel. Palast des bulgarischen Patriarchen, der sich hoch über den Zarenpalast erhebt. Die umbaute Fläche beträgt 3000 Quadratmeter. Das Zentrum wird beherrscht von der Himmelfahrtskirche mit einem Glockenturm, der bei den Sakralbauten auf dem Balkan selten anzutreffen ist. Das Stadtgefängnis. Wohnhäuser in der Altstadt mit schmalen Gassen, bemerkenswert darunter das Sarafkiner Haus. Eine türkische Residenz aus dem Jahr 1872. Spektakulär ist die moderne Stambolovia-Brücke hoch über dem Fluss. 27 Personendenkmale sind in ganz Tarnowu zu finden. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt HL. Patriarch Eutomius von Tarnowu. Grigorie Kamblak, Metropolit von Kiew und Litauen. Rostislav Stratimirovich, Fürst. Savamut Kurov General, Ivan Fitschow General, Stefan Stambolo Premierminister, Konstantin Kissimo Schauspieler, Emilian Stenju Schriftsteller, Spasvenkov bulgarisch-österreichischer Opernsänger, Nikolai Ovcharo Archäologe und Historiker, Kasimir Balakov Fußballspieler und Trainer, Plamendejanov bulgarisch-österreichischer Künstler, Stanislav Schenschuh Fußballspieler, Koto Shukatsunori Sumoringer in Japan, Radoslav Slavcheva Fußballspielerin, mit Tarnowu verbundene Person Plamendejanov Kunstmaler und Galerist wohnt in Veliku Tarnowu. Partnerstädte, Veliku Tarnowu unterhält mit folgenden Städten eine Partnerschaft. Vierer Wirtschaft, Mazedonien, OIT, Mazedonien. Ukraine, Polte, UE, Ukraine. Russland, WE, Russland. Frankreich, Bayonne, Frankreich. Polen, Krakau, Polen. Serbien, NIS, Serbien. Griechenlands, ES, Griechenland. Ungarn, Schopon, Ungarn. Spanien, Toledo, Spanien. Venezuela, Colonia, Tova, Venezuela. Malta, Taxien, Malta. Untertitelung des ZDF, 2020